hallo leute und herzlich willkommen zu der zweiten folge von Stranger Things 3 der game wir brauchen eine brezel und ein shampoo ein shampoo oder ein shampoo egal wir brauchen shampoo das heißt wir gehen in den mall und hauen wieder war es gibt mich geld ist immer wunderschön wie überall alles angezeigt bekommt ich glaube die falsche richtung gefahren hier gibt brezel haben sie eine günstige brezel eine auf die sie genießt haben oder so ich habe eine brezel auf den boden fallen lassen ich muss ich muss die muss ich wegschmeißen ich bezahle sie nicht wegzuschmeißen das geld steckt stecken sie ein na gut aber wenn du das bett bist du tot brezel erste haben wir schon geschafft haben wir noch shampoo das haben wir auch ich soll hier man kann so viel machen ja das ist ein ohrbaum lock von letzten mal natürlich lässt gut im hause nicht so dass sich das jetzt gleich nach der ersten folge aufgenommen hat wie aufregend ein einkaufszentrum hier ja wie aufregend ich bin cheryl suchst du etwas bestimmtes wir brauchen extravagantes shampoo ich habe es geschafft dass wir gehen wieder raus und gehen wir zurück ins bad und vielleicht will wir dann da schon dragons wir können wir die karte die karte na ich muss ja immer rausgehen aus dem bereich dann kann ich die weltkarte und wir gehen wieder zurück das auto kann ich nicht hauen und kann das auto getan in die netten ordnung so wir sind wieder ein schwimmbad hast du drei habt ihr meine brezel oder muss ich euch verprügeln echt jetzt wo meine mann zuschaut heimann gibt sie mir einfach raus hier bevor ich es mir anders überlege was er raus hier wieder drin aus der brezel hatte shampoo ist das mein shampoo ja ist es perfekt ihr habt ihr etwas geld macht euch einen schönen abend und wartet nicht auf mich ja ja mama hey kinder ihr habt für karen besorgen gemacht macht ja auch herrliche für mich geht zum maus und kauft mir einen fön ihr habt ihr geld und bleibt euch ich muss bald nach hause neue quest muss um immerhin machen wir die besorgung und dann gehen wir zu hast du nimmst haus was euch hier besser nicht blicken geht da kann ich mich doch am hausmann willi hat mich euch willi hat mich auch um einen gefallen zu bitten jetzt wisst ihr wo der hase kommt schon du auch was ist denn los und mir einen milchshake ihr habt doch freunde die bei scops aho scops ahoi arbeiten da gehen und billi und ich finden er steht diese outfits wir gehen zu scops und reden mit robin die weiß rat dann gehen wir wieder ich habe keine anzeigen mehr wo ich hin muss wir brauchen füllen gibt mir einen füllen so ist das klappt nie ich kann ihnen das nicht sagen kannst du es nicht für mich tun um sie empfüllen mich der melwald verkaufen sie fühle super welcher super muss dann fühlen an das füllen ab so viel geld da habe ich das war ein haartrockner hat rocken sehr fühlen oder wieder wieder deppert bei der rein hier ist für mich schafft das hopp denkt daran bleib ruhig halte den blickkontakt aufrecht und reden nicht schreien da gehen wir in die mall weil da brauchen wir eine milchshake ausgängig jodig und darunter und darunter ich mag dass diese anzeige diese anzeigen ich weiß aber nicht unnötiger rumlaufen hey leute was geht wie geht es immer gibt es wie immer probleme will ist blöder freund chat erpresst uns für eine gratis shake er sagt ihr seht doof aus ach ja habe eine idee wir mixen ihm einen special shake ich sorgt mir ultra lachs von marwals und shake mix aus dem lagerraum wir müssten noch eine packung haben vielleicht hinter der hinter den kisten hey schon zu arbeiten ja ja mir wurscht was könnte es sein ok shake mix hammer geld haben auch warum bis sorge es muss ich wieder zurück zurück zu machen herumläufer rei hier aber ja jetzt schlimmer ist man kann sich hier verlaufen und die treppe nicht schaffen denn 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 wir das haben wir wieder laufen gerne fünf mal im seger jetzt nichts nervös was brauchst du aus mich errascht nichts mehr eine flasche ultralachs bitte im ernst wofür braucht ihr eine flasche ultralachs ist nicht für uns sondern meine mom na doch verkaufe kein ultralachs mehr zu beschwerden aber ich habe noch eine flasche im lager entferne die ratten und sie gehören dir wieder mehr hatten immer diese ratten ratten böse ratten tötet sie alle hier 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 schaut überall kartons und da kommen wir deine ich brauche ein bolzenschneider und vor bekamen kann ich helfen nein habe was ich brauche ich gehe wieder man kann die genug geld haben ich muss darauf darunter also die präsen präsen muss ich die ganze zeit schon hier habt ihr das ultralachs von den und den shakes mix ich setze meinen job auf spiel ok hier gerichte wie es lief ich will jedes detail wir haben schenkt bekommen das heißt wir rechnen wir auf da habe ich zum roll hier ein schwimmer hat müssen mal wo ist mein shake oder kommt ihr hier nicht weiter ein wieder rein aus dem wo ist er ab dem shake doch und bursche fünf gegenstände aber jetzt mein shake vergessen weil jetzt den shake vergessen wieder zurück wohl eigentlich habe ich ihn ja wo ist mein shake wo ist mein shake war das jetzt hat die daher geschmissen junge junge aber versteckt oder da kriege wieder aufregen hätte das der weg war umsonst als gedacht wir müssen hierher so wie man den sein schick aber jungs mein shake da mal her damit ok chat bittes her moment er schmeckt komisch mir schlecht was ist los mein gott ich muss nicht übergeben jetzt mal was ist los er ist grün es ist ruhig oder wasser hier besser nicht blicken wenn wir mal wiederholen wir hast du deine fühlen ist dass man füllt nein und danke lieben habt ihr geld für pizza oder spiele oder egal was ich bin reich gut dann gehen wir über ok das ist jetzt nicht schwer überhaupt story da gehen wir dann schon drängen spielen lauf junge lauf und glück war billy den sommer über beschäftigt er hat mich er hat mich also ignoriert das den wird nichts an 11 mike bereit dass er mir kommen zu heißen legen wir los bewegt sich das ist nur traum du träumst überraschung kann man irgendwas sucht das gibt hier was was man klauen kann blumen der geld hat das spaß damit man alleine und der schlafzimmer ok meine leute überraschung willkommen zurück das sehen danke leute ich hatte angst dass ihr mich vergesst während ich weg bin ich brauche hilfe einem gerät das ich gebastelt habe während ich gewartet habe helft mir einen regenschirm kabelband und alufolie zu besorgen sie müssen irgendwo im haus sein dass sich höchst dazu du kannst zwischen deiner freigestanden figuren wechseln in dem d oder adrix so wird deine aktuelle figur gegen einen neuen ausgetauscht ausgetauscht wir haben den haus kurz zum kleinen die ist das wurscht bist du für ein kind oder hat auch noch hier ein geheimnis in seinem haus dessen regenschirm da muss jemand winziges dran wer ist winzig winzig wahrscheinlich nicht genau so groß wie alle anderen der typ so lange weiter was brauchen wir noch klebeband auch noch also ok das land kann man seine tür abschließen hat meine mam immer wieder reinkam als ich an die heimbrücken gearbeitet habe ich mache schnell die tür wieder auf das ist hier kann dass die kantüren und drohen mit tastenfeldern öffnen bediene dass das in deiner tastenfeld und voll vervollständigte tastenfolge bevor die zeit abgelaufen ist swt was das klebeband super wir haben alle gefunden was ich brauche irgendwer ist nach draußen zu meiner werkbank und bauen die antenne wo stehst du dein dunkel aber rind nach norden gehen du wurdest von einem raubbär gefressen du stehst in einem dunklen aber rind nach süden gehen es ist eine sackgasse woher ich kam nachher wurde es von einer raubbär gefressen ja ich bin begeistert da ist die werkbank was können wir jetzt basteln die antenne müssen basteln was machen wir denn mit dem schrott hey das ist kein schrott sondern ein komplizierter teil einer über überraschung die ich auf euch wartet habe den rest auf der metterspitze aufgebaut wenn wir da sind und ich die antenne anbringe wird es irre versprochen gut mal schauen ob es irre wird die wetterspitze da gehen wir jetzt noch hin und was weiß was die ihre überraschung sein wird werdet der nächste folge warten leute ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten mal bei bei